Hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer, Paartherapeut, Diplom-Psychologe und vieles mehr und wir reden heute mal über Antidepressiva. Also es ist ja so, dass Depressionen, kann man glaube ich sagen, Volkskrankheit sind inzwischen und ja, Forschung zeigt auch, dass es in hohen, hohe Korrelationen gibt zwischen Depressionen und Problemen in der Partnerschaft. Es gibt ja auch schon Versuche, Depressionen auch mit Paartherapie so ein bisschen beizukommen, aber gut, Standard ist halt immer noch im Wesentlichen Psychotherapie oder Antidepressiva und ja, es gibt unfassbar viel Depression und deswegen auch mal gleich ein kleiner Disclaimer. Ja, wenn du dich irgendwie depressiv fühlst oder wie auch immer, geh zu deinem Hausarzt, es gibt die Telefonseelsorge, es gibt ja Notaufnahme in jedem Krankenhaus, kannst du hingehen zum Psychotherapeuten und so weiter und dir Hilfe holen. Ja, was ist jetzt das Problem? Also wie gesagt, es werden so viele Antidepressiva verschrieben wie wahrscheinlich noch nie. Ich habe jetzt wirklich Zahlen gelesen, also muss ich wirklich mit den Ohren schlackern. So hier in Mitteleuropa, 8, 9, 10 Prozent der Bevölkerung bekommen Antidepressiva und das ist schon echt viel und da sollte man ja meinen, dass die Wirksamkeit da zweifelsfrei belegt ist. Ein ähnliches Thema hatte auch die MyLab auf ihrem Kanal, das werde ich auch noch mal verlinken oder drunter packen. Das ist eigentlich eine ähnliche Aussage wie mein Video jetzt, wenn man da mal so genauer reinguckt dann aber, was da gerade so an Forschung gibt, dann tauchen noch eine ganze Menge Fragen auf. So, was hat das jetzt mit meinem Thema zu tun? Ja, Antidepressiva haben ja auch Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen können eben auch durchaus sehr gravierend sein und auch, ja, körperliche Liebe betreffen, sage ich mal so. Ja, ich habe jetzt mal was rausgesucht. Ich versuche hier auch alle Artikel unten drunter zu verlinken. Da hat es so Recherchen gegeben von den Magazinen Volle Kanne und Frontal 21, aber gut, kann man auch selber einfach googeln und da finden wir also halt teilweise dauerhaft verminderte Libido, Orgasmus, Ejakulationsstörungen, Impotenz. Das können Langzeitfolgen der Einnahme solcher Medikamente sein. Fallstudien wissen schon seit 2006 auch solche langhaltenden Funktionsstörungen hin. In den USA verpflichtet die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA bereits einen Hersteller dazu, das in die Produktinformationen aufzunehmen. Dazu gibt es jetzt auch Hinweise, dass es, das ist eigentlich in seltenen Fällen, aber auch mal dazu kommt, dass bestimmte Probleme auch nach Absetzen der Antidepressiva bestehen bleiben. So, also das ist schon krass und was ich jetzt auch noch total spannend fand, das ist mit, darüber bin ich in der Recherche zu meinem neuen Buch über Polarität drauf gekommen, weil ich mich da viel beschäftigt habe mit so einer Evolutionspsychologin oder Forscherin, sagen wir mal so. Und die hat sich eben auch angeguckt, welche Prozesse finden im Gehirn statt, wenn man sich verliebt. Und ja, wie zeigt sich das auch, wie interagieren Antidepressiva damit? Ja, da haben wir hier ein Interview. Die Forscherin heißt, äh, Anthropologin heißt Helen Fischer, ähm, und genau, sie schreibt hier, äh, so mancher Singles, so glauben wir zumindest, oder das ist ein Interview, ne, nimmt Antidepressiva, weil er einsam und unglücklich ist. Die argumentieren umgekehrt, das sind die Medikamente, die einen zum Single machen, wie kommen sie darauf? Krasse Aussage. Ähm, und dann schreibt sie bestimmte Antidepressiva, also nicht alle, muss man jetzt ja auch ganz klar sagen. Überhaupt muss ich an der Stelle nochmal sagen, äh, wenn ihr zufällig Antidepressiva nehmt, äh, nehmt die weiter. Wenn ihr Probleme habt, sprecht mit eurem Hausarzt, man kann die ja auch, äh, wechseln, wenn ihr da Probleme habt. Also geht ja bloß nicht, äh, auf eigene Regierand irgendwie die, die abzusetzen. Das kann auch krasse Nebenwirkungen auslösen, äh, diese Absetzerscheinungen, die dann auftreten, äh, dass die Depression wieder zurückkommt. Also, dieses Video dient einfach nur so der Information und dem Nachdenken. Ähm, so, wie kommen sie da drauf? Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben verliebte Menschen mit einem Hirnscanner untersucht und festgestellt, wie Hina und Ariane alle Rolle spielen. Äh, es wird das, bei Verliebtheit, das Belohnungssystem aktiviert und dabei, haben wir auch schon oft so besprochen mit dem Kanal, spielen die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin eine entscheidende Rolle. Dopamin, äh, hat ja auch viel mit, äh, Spaß haben zu tun, sag ich mal, so ganz flapsig. Natürlich ist es natürlich super vereinfacht, meine, alle Hormone haben, äh, neurotransmitter Hormone haben irre viele Funktionen und, äh, so, der Botenstoff Serotonin, der von den meisten Antidepressive angehoben wird, unterdrückt diese beiden Botenstoffe. Äh, die Stimmungsmacher verwandeln uns also in Liebeskrüppel, Fragezeichen. Wenn sie diese Medikamente nehmen, wird ihnen die Fähigkeit, sich zu verlieben, zurückgeschraubt. Verliebte haben bekanntlich die Neigung, ständig an ihren Schwarm zu denken. Und was heißt das für die Liebe? Nun stellen sich vor, sie gehen auf eine Party und treffen einen charmanten Mann oder eine schöne Frau. Da mag es sein, dass sie sich zwar nach wie vor gut unterhalten, der zündende Funke aber springt nicht über. Er wird gar nicht zu den zwanghaften Fantasien kommen. Könnte auch was Gutes dran sein, wenn man jetzt mal an toxische Beziehungen denkt. Äh, auch wenn sie bereits in einer Beziehung sind, dämpfen die Medikamente ihre romantischen Gefühle. Ist das nicht reine Spekulation? Da habe ich gesagt, das ist keine richtige Studie mit tausenden von Leuten. Das sind jetzt, also das wäre auch meine Frage an euch. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Nehmt ihr Antidepressive? Habt ihr schon mal erlebt? Habt ihr sexuelle Funktionssteuerung erlebt? Habt ihr erlebt, dass ihr euch nicht mehr verlieben könnt? Was ja bekannt ist, da steht auch so in einem Wirkungen drin, dass auch, ja, das Antidepressiva insgesamt dämpfen, sollen sie ja auch. Manchmal aber auch so diese Ausschläge, also diese positiven Gefühle auch dämpfen können. Also wenn ihr da Erfahrungen mit habt, schreibt es da einfach mal unten rein, würde mich total interessieren. Also gerade was so verlieben Beziehungen angeht. Äh, ihr steht jetzt auch, ich gebe ihnen recht, dass es noch keine eindeutigen Beweise gibt, aber viele Puzzlestücke, die auf das Problem hinweisen. Also wenn ihr irgendwas mal erlebt habt, schreibt mir unter dem Video, würde mich total interessieren. Ähm, ich beschreibe mal den Fall einer verratenden Frau, die unter, ähm, ja, Problemen litt und das Medikament bekommen hat. Die Folge war, dass ihr Verlangen nach, äh, Sex, wie auch ihre Fähigkeit, einen Orgasmus zu bekommen, verloren ging. Gut, das kann natürlich auch sowieso schon durch die Depression erschwert sein. Das ist, bin ich echt ein Riesenproblem. Sie glaubte schließlich, sie würde ihren Mann nicht mehr lieben und dachte schon an Scheidungen. Erst als sie das Medikament wechselte, auch jetzt hier nicht absetzte oder so, sondern wechselte, äh, kehrten die Gefühle für ihren Mann zurück. Heute haben die beiden ein Kind. Ich beschreibe diese Fallgeschichte gerade für ein, äh, Fachmagazin. Jetzt schreibt sie aber auch, würden sie den Menschen raten, auf Antidepressiva zu verzichten? Und dann sagt sie auch ganz klar, nein, die können Leben retten. Ganz klar, muss man immer wieder sagen, es ist einfach nur faszinierend, es funktioniert, beziehungsweise man weiß, was es macht, aber es ist gar nicht belegt, dass jetzt, äh, allem, also beziehungsweise, wenn man jetzt bei Menschen diesen Serotonin-Spiegel verändert, künstlich, müsste der ja eigentlich auch Depressionen bekommen, bekommt er aber nicht. Also da gibt es so viele Fragen, wie die überhaupt wirken, was die Gehirnschämie von Depressionen ist und, ja, krass, ähm, verlinke ich hier auch mal drunter. Und dann haben wir hier noch folgendes, äh, Nordic-Cock, weiß ich nicht noch, wie man es ausspricht, Cochrane, Cochrane-Center in Kopenhagen, das ist, äh, so ein bisschen wie so die Fakten-Checker, ähm, im Internet oder auch in der Welt, weil, äh, das ist ein großes Forschungszentrum, was komplett unabhängig ist, keine Gelder, keine Drittgelder annimmt von Pharmaherstellern und so weiter. Und die haben eine riesen Metastudie gemacht, die machen mal so Meta, also die nehmen so Studien zusammen und, ähm, ja, haben so fünf Studien nochmal genau analysiert und, äh, haben jetzt rausgefunden, ja, also rausgefunden kann man nicht sagen, haben für sich festgestellt hier, dass Medikamente zur Behandlung depressiver Patienten zwar eine Wirkung haben, diese jedoch unwesentlich höher ist als die von Placebos. Das ist ja wirklich unfassbar, das finde ich auch immer wieder enorm spannend, wie hoch dieser Placebo-Effekt ist, ne, also Placebo-Effekt ist so, ich, wie bei Homöopathie oder so, ich gebe dir jetzt eine Pille und sage, die wirkt und, äh, nur weil ich jetzt als Therapeut, Arzt, Behandler gesagt habe, so, die wirkt, äh, ja, wirkt die auch, das nennt man diesen Placebo-Effekt, es gibt auch einen Nocebo-Effekt, wenn ich sage, das schadet dir, dann gibt es auch im Endeffekt, dass das sich vielleicht wirklich schadet, so, und, äh, das ist einfach Wahnsinn. So, dann haben wir nochmal das passende Bild dazu, also, die, äh, Wirksamkeit von Antidepressiva wird auf einer Hamilton-Skala gemessen, das ist halt so ein Test, der so Symptome abfragt, ähm, und der kann Werte zwischen 0 und 52 annehmen, mehr Symptome ein Patient hat, umso höher liegt der Wert auf der Hamilton-Skala. Äh, äh, konkret von Antidepressiva, die Depression beispielsweise von, äh, um zwölf Punkte senken hier, so wirkt ein, also laut dieser Studie ein Scheinmedikament so viel, ähm, ja, also das ist schon echt eine steile Aussage hier. Also, wie steht auch nochmal, sind die Faktenchecker der Wissenschaft und die haben eben auch unveröffentlichte Studien mit einbezogen, das ist ja auch so ein Problem, da ist aber diese FDA in den USA auch sehr stark dran, dass man immer sagt, es gibt so ein, ähm, Veröffentlichungs-Bias, also, dass Studien, die nicht das Ergebnis bringen, auch bei Psychotherapie-Studien geben, äh, dass die erst gar nicht veröffentlicht werden und deswegen müssen bei der FDA, dieser Food and Drugs, äh, Geschichte da in den USA, äh, so eine Art Gesundheitsministerium, müssen Studien jetzt immer angemeldet werden, dass die dann nicht mehr zurückgezogen werden können und eine krasse Sache, hier steht auch nochmal, äh, neun Prozent der Bevölkerung stucken resumäßig in der Schweiz Antidepressiva. Also, das sehe ich ja auch mal wieder, wie viele Leute Antidepressiva nehmen, aber es gibt es natürlich, muss ich auch sagen, äh, wenn ich hier schon drüber berichte, dass natürlich auch das wieder, äh, kritisiert wird, hier wird gesagt, ja, das sind Medikamente, die werden, äh, seit Jahren, äh, verschrieben und wir sehen da absolut, äh, eine Wirksamkeit, gerade, das wird auch mal wieder gesagt bei, da komme ich da ja auch nochmal zu, bei schweren Depressionen, mittelgraden Depressionen, bei leichten, wohl eher nicht so, äh, und, gut, äh, er hat jetzt hier ein bisschen gesagt, was er da für Probleme hat. Einmal hat er gesagt, dass in so einer wissenschaftlichen Studie, äh, der Placebo-Effekt vielleicht höher ist als sonst, weil da so ein riesen Aufriss getrieben wird. Andererseits sagen auch manche, dass es sowieso schwierig ist, es werden immer so Doppelblindstudien gemacht, das heißt, ähm, welche kriegen dieses Placebo-Medikament, welche kriegen das echte Medikament und da wird gesagt, das ist sowieso schwierig, weil, ähm, diese Antidepressiva, die haben ja auch ordentlich Nebenwirkungen, das heißt, man weiß wahrscheinlich, dass man in der, ähm, ja, in der, in der echten Gruppe ist, nicht in der Placebo-Gruppe und das kann den Placebo-Effekt wieder größer machen, das wird, das wird, das wird auch wiederum heißen, dass es noch schwieriger ist, eine Wirksamkeit rauszufinden. Und ja, das ist schon, äh, echt krass, aber gut, wie gesagt, es gibt auch hier wieder, äh, Kritik, ähm, dass zum Beispiel Teilnehmer, die zu diesen Studien kommen, äh, depressive Kollektivnuss im Teil repräsentieren, viele werden ausgeschlichen, äh, ausgeschlossen, die vielleicht suizidal sind, andere, ja, Probleme haben und so weiter, aber es zeigt einfach, äh, ja, wie, wie, wie krass das ist, ne, also so ein Medikament, was so viel verschrieben wird, so, ne. Und, äh, ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, warum nicht, äh, Psychotherapie, also in diesen Studien, die jetzt, da gibt es natürlich auch ganz viele, ähm, die jetzt die Wirkung von Antidepressiva erst mal meinen belegt zu haben, wird auch mal wieder rausgefunden, okay, die wirken, aber Psychotherapie wirkt auch, wird auch oft, äh, gesagt, das ist eine ungefähr gleiche Wirkung. Das Problem ist natürlich, Psychotherapie kommt natürlich auch viel schlechter ran und so und dauert unter Um, also hätten wir ja mehr Aufwand und alles, kannst du nicht einmal so eine Pille schlucken. Eine bessere Wahl ist, ähm, ja, wenn man sich dieses Nebenwirkungsprofil anguckt. Aber wie gesagt, das kann nur euer, letztlich euer Arzt oder Psychiater oder wie auch immer entscheiden, weil es gibt Leute, die nicht auf Therapie ansprechen, es gibt Leute, die nicht auf, ähm, Antidepressiva ansprechen und oft empfiehlt sich auch, äh, wenn mal eins nicht funktioniert, einen Wechsel aufs andere und das wird aber leider scheinbar auch nicht so gemacht, wie das vielleicht sein sollte. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gesagt, wie soll das System das alles leisten? Man gibt es auch den Willen vielleicht nicht dazu, aber so viele Psychotherapeuten gibt es ja auch gar nicht, Wartezeiten ohne Ende. Und ich denke, solche Sachen werden auch nicht zunehmen und können ja auch bei leichten Depressionen durchaus Unterschied machen, wobei da die Studienlage auch relativ dünn zu sein scheint. Aber wie gesagt, guck dir gerne mal rein. Und dann haben wir, gut, das wird auch kommen, Einsatz von Internet- und Mobil-basierten Geschichten. Da war ich auch in so einer Fortbildung, da gibt es, wird auch von der Kasse bezahlt, so ein Online-System, ich glaube, die Brexit heißt das, das gibt schon, weiß jetzt aber nicht, das wird, glaube ich, aber eher so zusätzlich eingesetzt. Ich weiß nicht ganz genau, in welchen Fällen das jetzt eingesetzt wird, aber habe da so verstanden, dass das eigentlich jeder Hausarzt oder andere Arzt verschreiben kann. Und, aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern hier haben wir die Antidepressiva. Und da haben wir auch dieses Problem, es steht, ja, alle heutigen Fügel bei Antidepressiva wurden auf Basis der Serotoninmangel bzw. Monoamin-Hypothese entwickelt. Ja, tatsächlich erklären die Subothese nicht, warum nur ein Teil der Patienten auf Antidepressiva anspricht, warum das Ansprechen mit zahllicher Verzögerung erfolgt. Also man weiß ja tatsächlich viel noch gar nicht. Das finde ich auch super spannend. Stellen einige Wissenstaff da die klinische Bedeutung von Antidepressiva in Frage. Die Leitlinie, also diese nationale Leitlinie erfolgt zwar im Grundsatz der kritischen Argumente, sieht aber weiterhin eine klinische Relevanz der Antidepressiva als gegeben an. Auch wenn die Wirkung zu Teilen auf Placebo oder unspezifische Effekte zurückzuführen und die Wirkungsdifferenz zu Placebo eher klein ist. Also selbst hier steht das, finde ich auch echt super spannend. Aber das heißt natürlich nicht, dass es für den Einzelnen total hilfreich sein kann. Also das ist ja so eine kastliche Erkrankung, also dass da alles Mögliche probiert wird. Und ja, kann man natürlich total verstehen. So, also die nationalen Leitlinien sagen, selbst wenn man das jetzt alles zusammennimmt, muss man irgendwann auch davon ausgehen, dass die wirken, zwar nicht für alle. Jetzt hier bei den richtigen Verfahren zur Psychotherapie wollte ich auch mal darauf hinweisen. Das finde ich gerade auch super spannend. Vor allem Therapie, ja, aber wir haben auch diese modernen Ansätze. Wir haben diese Ansätze der dritten Welle. Die finde ich gerade auch ganz spannend. Akzeptanz-Commitment-Therapie, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie. Was ich jetzt auch spannend finde, bei depressiven Störungen ist der Effekt einer Psychotherapie in großen Teilen nichts auf das jeweilige Verfahren, spezifische Faktoren zurückzuführen, sondern auf unspezifische, schwul- bzw. verfahrungsübergreifende Wirkung- und Einflussfaktoren. Diese Faktoren tragen wesentlich zum Erfolg einer Therapie bei. Die konsensbasierte Empfehlung gilt explizit auch für nicht durch approbierte PsychotherapeutInnen durchgeführte, nirisch-fällig-gesprächsbasierte Interventionen. Das finde ich auch krass, ey. Das finde ich spannend, hier mal reinzugucken. Gut, dann hier, ja, ich hoffe, wenn ihr, wer sowas nimmt, ist auch mal informiert worden über Nebenwirkungen. Ja, die Leitlinie empfiehlt also bei leichten depressiven Störungen ein, ja, Gesamtkonzept. Das kann ich auch nur empfehlen. Auf Schlafhygiene zu achten, Lichttherapie, Sport ist auch immer wieder so eine Empfehlung. Dann haben wir tatsächlich hier die, das wird mehr kommen, Leute, die Internet-basierten Interventionen in einem therapeutischen Gesamtkonzept. Und bei leichten depressiven Störungen, ja, wird Therapie empfohlen. Antidepressiva, da ist wohl der Konsens nicht so unbedingt. Mit natürlich immer wieder Ausnahmen, so. So, jetzt gucken wir mal bei den schwereren Kandidaten. Dann haben wir auch noch das Johanneskraut, auch spannend. So manche naturel und klinische Sachen, naja, haben es ja doch geschafft. So, und da haben wir jetzt bei akuten Mittel, gerade in depressiven Episoden, soll gleichwertig eine Psychotherapie oder eine medikamentöse Therapie angewunden werden. Ja, man kann es ja auch kombinieren. Man sollte immer überlegen, komme ich mit diesem Nebenwirkungsprofil klar? Aber wie gesagt, das könnt ihr nur mit eurem Arzt besprechen. Aber ich finde es einfach auch irgendwie eine krasse Geschichte. So, und bei schweren gibt die Studienlage dann wohl her, dass man Koordinationsbehandlung empfiehlt. Ja, gibt es schon mal viele Fragezeichen um Antidepressiva und, ja, würde einfach nochmal darauf aufmerksam machen, können eine große Wirkung, ein Nebenwirkungsprofil haben, was bestimmte Sachen im Partnerschaftsbereich noch schlimmer macht. Das sollte man halt einfach wissen. Und natürlich kann man dann mit dem Arzt reden und gegebenenfalls auch mal wechseln. Also, das muss man alles nicht so hinnehmen. Das muss man einfach nochmal ganz klar sagen. Aber was sehe ich jetzt einfach nochmal, weil wie gesagt, das ist nur so ein Gedanke, den die Fischer da gesagt hat, dass es unter Umständen eine Wirkung hat, dass man sich nicht mehr richtig verlieben kann, dass das Dopaminsystem irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie man es vielleicht gerne hätte. Falls ihr euch mal Liebespüche hiermit behandelt. Nee, Spaß. Ist schon eine krasse Geschichte, aber mich würde einfach super interessieren, ja, ob, ja, einfach, was habt ihr da Erfahrung mitgemacht? Könnt ihr da was zu beitragen? Finde ich super spannend. Ja, wenn ihr auch mal mehr solche Videos haben wollt, schreibt es auch gern in die Kommentare und, ja, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.